Oh gut, ihr kommt gerade rechtzeitig zum Frühstück. Keine Zeit, Mom. Das Mädchen, das sich Storger hat, um 8 Uhr Hockey-Training. Tja, dann bleiben nur noch wir zwei. Was sollen wir heute machen? Weiß nicht, vielleicht alles vergessen, was hier gerade passiert ist. Habe ich nichts zu tun, außer einen Grund zu finden, die Supermarktkassiererin zu berühren, mit der ich durchbrennen will. Esperanza, ich glaube, du solltest weiterarbeiten. Nein! Gut, ich habe den ganzen Tag. Ich konnte jetzt so lange wie Office gucken, bis Netflix fragen muss, ob ich noch lebe. Warte, sie antwortet. Ich sehe die kleinen Punkte in der Blase. Oh, warte, sie hat aufgehört. Oh, jetzt tippt sie wieder. Der Rolli sieht was, was du nicht siehst. Und das ist was, das du auf den Sperrmel ziehst. Jemand eine Matratze weckt. Welche Größe? Keine Ahnung. Die Größe muss in einen Van reinpassen. Jedenfalls, der Arm sieht gebrochen aus. Wir müssen ihm Schmerzmittel geben. Leute, auf der anderen Straßenseite geht was ab. Ist dieser Angeber-Jogger endlich überfahren worden? Wow, Cleveland, du scheinst das beliebteste Haus im Viertel zu haben. Du hast das Ding gut hingekriegt. Ich spiele gegen den Sieger. Stell dich mal lieber an, Kumpel! Oh, armer Brian, wirken deine Schmerzmittel wenigstens? Oh ja. Vielleicht nur die Hälfte von einer halben. Für immer. Nur bis ich ein Konzert in einem schäbigen Indianercasino geben muss, bei dem man innen rauchen darf. Tausend Dollar pro Show, geteilt durch sechs. Es ist 15.50 Uhr, praktisch 16 Uhr. In manchen Kulturen ist es höflich, zehn Minuten zu früh zu sein. Brian, war das die letzte Pille? Ja, das ist okay, Mann. Mir geht's gut. Ich will nicht abhängig von dem Zeug werden. Wer will einen Ausflug im Auto machen? Okay, Zeit für eine neue Runde Mindesthaltbarkeitsdatumsroulette mit der Salami. Es el Señor del Mundo! Alles gut. Der Lärm wird mich bestimmt nicht in den Wahnsinn treiben. Ist das nicht. Das ist nur ein grober Entwurf. Und wer high sagt, muss auch high sein. Entschuldigung, Ma'am. Haben Sie sich verlaufen? Nein, ich will pillen. Oh, Tischtennis, ha? Ist ja süß. Ich steh mir auf amerikanische Spiele. Okay, ich will mehr wissen. Kommt und holt euch die leckeren Cream Soda Floats. Heilige Scheiße. Voll das Hipstergetränk. Nein, Peter. Nur weil Cleveland das Potenzial ihrer Tischtennisplatte erkannt hat, das Sie nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass Sie sie ihm wieder wegnehmen dürfen. Gefüllte Taco-Shells, Freunde. Oh ja! Wow, wow, wow. Von was für einer Marke sind die Taco-Shells? Old El Paso. Okay, gut, Stewie. Du nimmst jetzt ein schönes, warmes Bad, während Mami wie eine Süchtige auf den Knien im Badezimmer rumkrabbelt. Okay, ich brauch nur etwas Wasser. Das brauch ich auch. Stewie, du weißt doch noch, wir haben deine letzte Schwimmstunde verpasst. Was hältst du davon, wenn wir die jetzt nachholen? Du Mistkugel! Komm schon, du hast sie gerade schon beruhigt. Was ist hier? Oh mein Gott, Lois, was machst du? Lois, du brauchst Hilfe. Es bleibt uns nur noch eines zu tun. Ich hab noch eine Pille übrig. Sie ist in meiner Hundebox und du kannst sie haben. Brian, sperr diesen Käfig auf. Tut mir leid, das kann ich nicht, Lois. Du bist süchtig und ich bin schuld, dass die Pillen ins Haus gekommen sind. Stewie. 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 Geräuschunterdrückung eingeschaltet. Audible präsentiert, als wir nackt waren. Alle diese Gutscheine sind abgelaufen. Die hat's echt nötig. Die wird sich dem ersten Fettsack an den Hals werfen, den sie trifft. Aaaaaaah! Lois, du bist angeklagtes Drogenmissbrauchs aufgrund von mütterlicher Langeweile. Jorrell, du musst deine Stummschaltung aufheben. Oh, sorry. Hört ihr mich jetzt? Ich verstehe diese Anspielung nicht. Ist das aus Spider-Man? Weil die Leute Spaß mit meiner Tischtennisplatte haben? Nein, weil sie Spaß mit meiner Tischtennisplatte haben. Warte, wenn wir ein faires Match wollen, brauchen wir einen Schiedsrichter. Ich warte schon ewig. Na schön, Peter. Matchball. Ehrlich gesagt, war Tischtennis nach dem ersten Tag das Beste, was mir jemals passiert war. Tut mir leid wegen der Platte, Cleveland. Und es tut mir leid, dass ich so ein Arsch war. Also, wer kriegt die Tischtennisplatte? Ich glaube, die gehört jetzt niemandem mehr. Mehr wollte ich gar nicht. Brian, warst du die ganze Nacht hier an meiner Seite? War ich. Das, das machen Hunde so. Alexa, spiel, was das so klingt, als wäre ich auf Drogen. Spiele die letzten verwackelten 45 Sekunden von Crimson & Clover. Willkommen zur Party von Bonnys 29. Ich kann die Nummer nicht länger durchziehen. Sie ist 46. Da waren wir in den Flitterwochen. Ich muss Rupert ne Nachricht schreiben, wie grauenvoll das hier ist. Hey, ich will richtige Sachen. Du weißt doch, Joe, wenn wir allein sind, kannst du mich Bonnett nennen. Nein, ich bin's Brian. Ist das dein echter Name? Kaum mir kannst du's sagen. Ich bin der Nachbarhund. Ich weiß nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin froh, dass Peter mich gefunden und aufgenommen hat, aber manchmal frage ich mich, ob ich allein nicht glücklicher wäre. Warum kratzt du mich hinter dem Ohr? Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht geht es dir dann besser. Es. Es. Es tut mir leid, ich... Ich wollte dich... Nein, ist schon okay, ähm... Ich habe gerade die Frau meines Freundes geküsst. Ich bin ein größeres Schwein als Spock. Sind das die normalen Kinder oder sind das die, äh, äh, Doofis? Es ist ne gesunde Mischung. Guten Morgen, Kinder. Hübscheren Kinder kriegen die besseren Jobs. Zum Beispiel wird die blonde Maus aus der dritten Reihe heute Nachmittag mein Auto waschen. Warum bist du so spät noch wach? Ach, ich kann nicht einschlafen. Ich muss dir etwas sagen. Gestern Abend hab ich Bonny geküsst. Ja, keine Sorge, ich bin super im Geheimnisse bewahren. Außer das eine Mal, als du meine Schande aufgedeckt hast. Ich bin Meg, die Schulvolontärin. Oh, du musst meine neue Schulvolontärin sein. Sie sagt, sie ist ein Mädchen, aber ich schwöre dir. Ihr Körper riecht nach Junge. Spieleabend? Das war das Mindeste, was wir tun konnten, nachdem du auf ihrer Party das Enthauptungsvideo auf deinem Handy gezeigt hast. Gut, ich bin super bei Scharade. Die Männer fangen an. Okay, los. Äh, About a Boy. Sag mal, was neulich passiert ist, davon hast du doch niemandem erzählt, oder? Nein, nein, natürlich nicht ich. Das wollte ich dich auch schon fragen. Besteht eine gewisse Verbundenheit zwischen uns, aber... Die hab ich auch gespürt, aber vielleicht in einem anderen Leben. Ach, da bist du ja. Pass auf, Bonny, jetzt ist Joe dran. Okay, es geht los. Äh, Krüppel hört sich an wie Hund küsst untreue Frau eines Krüppels. Auf deiner Party. Warte, ich weiß es. Neulich auf deiner Party hat Brian Bonny geküsst. Hi, Joe. Hi, Brian. Hör zu, ich will mich für das entschuldigen, was geschehen ist. Ich, ich hatte nicht vor, Bonny zu küssen. Ich... Jedenfalls ist alles okay. Ha, wirklich? Oh, Gott sei Dank. Ich hatte Angst, dass du sauer bist. Hey, Joe, ist das der Kerl? Lies deinen Text. Du sollst nicht sagen, dass du mich kennst. Ich hoffe, dein Tag geht nicht so schlimm weiter, aber... Also, für mich bist du jemand, der nie im Leben heiraten wird. So viel steht fest. Jetzt hol mir meine Jucksalbe. Das sollte ich meinem besten Freund schicken. Krasse Brosche. Ich weiß, zwischen uns herrscht dicke Luft, aber um zu zeigen, dass ich dir nichts nachtrage, spendiere ich dir einen Drink. Aber sicher doch gern. Wie soll ich laufen? Bleiben die für immer? Ich habe auch meinen Hintern an dir gerieben, während du bewusstlos warst. Hey, was ist das alles? Habe ich aus dem Altersheim geklaut. Du solltest mal sehen, wie die mich behandeln. Das ist keine Entschuldigung. Wow, das ist der Hammer. Ich will mitmachen. Und schon habe ich diese Kopfschmerzen, die man von einer fremden Brille bekommt. Oh, hi, sie sind gestorben und ich soll sie in den Himmel bringen. Ähm, hoppla hopp und ab nach oben. Joe hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Wir helfen gern. Wenn Joe kommt, sagen wir ihm, er soll Brian nicht so unter Druck setzen. Wir wissen alle, was passiert ist und wir sind für dich da. Aber wir finden trotzdem, dass du es mit deiner Rache an Brian etwas übertreibst. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Du hast recht, es ist Brians Schuld. Wir wissen, es ist ihm egal, wo er sein Ding reinsteckt. Oh, Brian ist eine Dreckzau, das wissen wir alle. Aber wir lassen außer Acht, dass Bonnie eine schräge Schlampe ist, die einen immer spüren lässt, dass was gehen könnte. Wir sind uns einig. Bonnie und Brian haben einen miesen Charakter. Quagma, du denkst jetzt an eine Karte, sagst mir aber nicht, welche es ist. Okay, das reicht. Niemand hier nimmt sich die Zeit, mich zu fragen, wie es mir geht. Brian ist der Einzige. Wow, wir haben uns heute zweimal sehr erfolglos eingemischt. Ich werde mich für niemanden ändern. Wir brauchen diese engstirnigen Loser nicht. Das ist so aufregend. Wir können endlich das Leben leben, das wir immer wollten. Oh, warte, wir brauchen Benzin. Hast du sowas wie eine Kreditkarte? Nein, und auch kein Bargeld. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, von den Erinnerungen anderer Leute umgeben zu sein. Chris, das ist kein Aschenbecher. Das ist nur ohne mit der Asche von jemandem. Wirklich? Du hast recht. Wir müssen das Richtige tun. Wie der Dad aus der Serie Small Wonder. Nein. Ich werde diese Beziehung nicht unterstützen. Wenn Brian und Bonnie Hochzeit feiern, gehe ich nicht hin. Obwohl Brian mich vielleicht als Trauzeugen will. Ich erwähne dich nur als Bonnys Ex. Etwa so. Bonnie hat einen Ex, aber Brian hat jetzt den Sex. Oh, Peter, das ist gut. Wir brauchen nur genug Geld, um nach Taos zu kommen. Das ist das Mecker für Leute, die Schmuck selber herstellen und verkaufen. Leck mich! Du twitters Sachen, die keine Sau lesen will. Es tut mir leid, aber Kim Kardashian ist durch ein Sextape berühmt geworden. Du bist so ein Klugscheißer. Du kennst dich nicht mal mit deinem eigenen Körper aus. Ich hatte wenigstens einen Orgasmus. Du siehst kein bisschen so aus wie auf dem Foto. Bringen wir es hinter uns. Ich frage mich, wer von uns beiden der Mörder ist. Unglaublich! Wie könnt ihr zwei nur alte Leute bestehlen? Ihr seid schlimmer als diese Juliette Lewis, die mit den Hunden rummacht, wegen die Polizei rufen sollte. Die Polizei? Oder wir machen es stattdessen so, wie ich mir das vorstelle. Fütter mich mit Pudding, während ich Panisch dann Handgelenk packe. Das ist nicht mein Haus! Deswegen gewinnt Peter immer beim Versteckspiel. Du bist unter dem Kanu in Quagmire's Garten. Ja, leck mich doch! Aber ich bin hier, um um dich zu kämpfen. Und wenn du wieder zurückkommen willst, verspreche ich, dass ich mich für den Rest meiner Tage um dich kümmern werde. Wow! Da könnt ihr mich jetzt Armer nennen, was? Gern geschehen! Au! Verdammt! Leute, wir haben ungefähr noch 15 Sekunden, also müsst ihr das jetzt gleichzeitig machen. Auf die Plätze! Fertig! Ich habe gelernt, man kann von einem... Und der Gewinner ist... Gar niemand! Und vor allem nicht... Du! Und tschüss! Und das ist mein secretes Ort, mein Sanctuary, where I can be my truly self entirely. Es ist where I go, to escape the race and find my place in this secret place. Und das ist mein secretes Ort, mein Sanctuary, where I can be my truly self entirely. It's where I go, to escape the race and find my place in this secret place. Im Jahre 1885. Es ist eine Geschichte über Cowboys, Viehzucht und Konflikte. Würdet ihr euch bitte hinsetzen? Ich bin Peter Griffin, bei mir sind meine Frau Lois, unser Hund Brian und unsere Kinder Meg Stewie. Das wissen viele nicht, aber dieses Haus steht eigentlich in Burbank. Und denen wird immer der Briefkasten geklaut. Und sie hat tonnenweise Müsli-Riegel vom Catering geklaut. Eine ganze Reisetasche voll. Ich werde zu jedem Namen, der erscheint, etwas Persönliches verraten. Raucht auf dem Nichtraucherbalkon? Alle unsere alten Kabel- und Ladegeräte, die nicht mehr passen, einsammeln und auf den Müll werfen. Das dürfen wir nicht. Oh mein Gott, jetzt kapier es. Grab Apple. Auch die Dümmsten kommen irgendwann drauf. Du hast nur gesagt, Kinder machen iPhones. Das ist eine Comedy-Serie, kein politisch korrekter Twitter-Account. Sie wollte es mehr als ich. Ist das meine Wasserflasche? Was? Die offene Flasche. Ist das deine oder meine? Äh, ich weiß nicht. Morgen aller Sa... Verdammt! Sie wird sicher für die nächsten drei Jahre so behalten. Ach, ganz toll, Meg. Du hast den Gag zugequatscht und jetzt wissen wir nicht, worum es geht. Diese Handys waren eine schlechtere Idee als der Film Der Überfall der drei Muschitiere. Oh mein Gott, schon wieder? Leute, ihr müsst die Dinger wegstecken. Ihr dürft hier drin nicht am Handy sein. Glauben und einer neuen Ehrfurcht vor Jesus Christus? Entschuldigt die Störung, Leute. Du hast mir versehnt, ich den Scheck von Peter gegeben. Was zum Teufel? Du verdienst viermal so viel wie ich? So schwinden wir die anderen Ministranten. Was für ein Scheiß. Ich rufe die Gagenabteilung von Fox oder Disney an. Danke, dass Sie weiter dranbleiben. Komm schon, Loris. Du bist doch nur als Old Sturbel-Jillage, wenn du damals bei einem Ausflug ein scharfes Erlebnis hattest. Sie können mir erklären, warum mein Mann viermal so viel Gage bekommt wie ich. Oh, okay. Peter, du warst schon mal verheiratet? Warum hast du nie gesagt, dass du schon mal verheiratet warst? Weiß nicht, war nie das Thema. Nie das Thema? Toll. War Sarah Paulson nicht Gaststar in der Folge? Ja, sie war in diesem OJ-Gag. Oh, der Predator hat dir gerade den Kopf abgehackt. Ihr kennt mich noch gar nicht alle. Ich bin Sarah. Sie und Peter waren also verheiratet? Ach das, das war doch vor Urzeiten. Tja, manche haben Preise und manche haben Kinder. Was soll das denn bedeuten? Sie sind die schlaue Preisträgerin. Schade, dass du nicht fit genug bist, mitzukommen. Vielleicht bleibe ich zu Hause und kümmere mich um dich. Nein, fahrt nur, Loris. Fleischklößchen und kann den ganzen Tag Football gucken? Mann, das ist eine bessere Liste als den Ferris macht nicht blau. Sein Name klang irgendwie zu rau für mich. Griffin! Peter, können wir draußen reden? Oh Mann. Oh oh, ich glaube ich hänge fest. Pfosten und Spossen sind keineswegs dasselbe. Ein Pfosten ist ein dickerer Stab, der am Ende eines Geländers steht. Also der Pfosten ist der erste dicke Stab unten am Treppenfuß? Am Treppenfuß? Du bist lustig. Du bist der einzige Profi in diesem Gebäude. Freunde haben geheiratet. Warum wusste ich nicht, Stefan? Leute, wir müssen diese Folge heute an den Sender liefern. Dung von Fact. In der guten alten Kolonialzeit waren Butter und Seife dasselbe. Dass das ein Fact ist, verstehe ich. Es hat keinen Sinn. Ich hänge für immer fest. Mitten auf der Treppe. Was zum Teufel soll das? Das erkläre ich dir. Eine Hommage an einen klassischen Song aus der Muppet Show. Den hat Robin, der Neffe von Kermit, gesungen. Das glaube ich nicht. Du singst einen Song, den ein Frosch gesungen hat. Warum wurde das nicht rausgeschnitten? Ich habe darauf bestanden, dass er drin bleibt. Bauen die danach zum Mittagessen ein Buffet für uns auf? Nein, ich glaube, es gibt nur Pizza. Können wir uns bitte den Song anhören? Gibt es irgendwelche Gags in dem Song? Das ist Comedy. Den Song gibt es. Der Gag ist, dass ich ihn singe. Weiß ich sonst nicht. Wenn wir schon ehrlich sind, du bist nicht gut in der Kiste, wenn ich besoffen bin. Als ob es dir keinen Spaß machen würde. Verdammt, Peter, das ist alles deine Schuld. Die erklären nicht mal, warum wir da alle festhängen? Chris ist vielleicht gar nicht dein Sohn. Was? Ich habe einmal mit Philip Seymour Hoffman geschlafen. Du hast was? Diese Szene erinnert mich an meine Ehrung damals im Kennedy Center. Ah, scheiß Gelaber, Sarah, scheiß Gelaber. Genieß den Rest deines Lebens allein und genieß die Serie ohne mich. Ich kündige. Jetzt bedauere ich, dass ich alle Handys konfisziert habe. Wie sollen wir hier nur rauskommen? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott sei Dank. Können Sie uns helfen hier? Na, das wird ja einfacher als ich dachte. Glaubt ihr, eure Mutter will wirklich die Scheidung und aus der Serie aussteigen? Und diese Story, dass Chris nicht mein Sohn ist? Ich habe ein Paket für, äh, Brian Griffin. Ich bin Brian Griffin. Gut, unterschreiben Sie. Danke. Und sie sagte, keiner kennt den Song. Selbst die Einbrecher kennen ihn. Wollt ihr mich verarschen? Die singen meinen Song. Ach du Scheiße, der Typ, der mich spricht? Ihre Stimme würde ich überall erkennen. Okay, beruhigt euch. Mr. McFarlane. Ihr seid Fernsehfiguren. Gesprochen von mir, Alex Borstein, Seth Green und Mila Kunis. Hey. Hey, was geht? Hi, Leute. Und wenn Sie ich sind, warum klingen Sie wie Will Smith? Weil ich auch die Stimme von Will Smith bin. Was? Sie sind die Stimme von Will Smith? Ja, absolut. Du wirst von mir gesprochen. Mila Kunis. Okay, Frage. Warum ist die Frau, der mich spricht, super scharf und ich nicht? Wie ich sagte, keiner von euch existiert wirklich. Ja, das sagten Sie schon. Hören Sie auf, diese schrecklichen Lügen zu verbreiten. Lois, du kannst nicht aus der Serie aussteigen. Ach ja, wieso nicht? Der Käpt'n von der Orville sagt, dass keiner von uns echt ist. Wir sind nur Zeichentrickfiguren. Soll das wirklich heißen, dass wir nicht existieren? Peter, ich begreife das nicht ganz. Ich liebe dich. Und egal, was wir haben, ob es echt ist oder nicht, ich will es nicht aufgeben. Ich auch nicht. War sein, dass ihr Cartoonfiguren seid. Peter, du kannst so viel trinken, wie du willst, ohne dass dir was passiert. Lois, du wirst seit Jahrzehnten nicht älter. Und jetzt müssen die echten Schauspieler einen menschlichen Schild um mich bilden, dass ich aus dem Gebäude rauskomme, ohne dass das Team von American Dad mich sieht. Vernichtet worden, die durch die Schweden während der großen Depression eingeschleppt wurde. Nun, ihr Lieben, wir haben daraus wohl alle gelernt, dass die Technik nicht unser Leben bestimmen sollte.